Ist das sehr bedrückend zu sehen, dass es jetzt so lange dauert. Klar, Putin selbst hat geplant, dass er da in zwei bis vier Wochen ein ganzes Land erobert hat. Und deshalb will ich als Kanzler unseres Landes und als Kanzler eines Landes mit der Geschichte, die verantwortlich ist für die Shoah und den Tod von Millionen Juden in Europa. Wir stehen an der Seite Israels. Es hat das Recht, sich zu verteidigen. Und weil wir das tun und weil es die Werte sind, um die es geht, setzen wir uns natürlich dafür ein, dass humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen kann, dass Staatsangehörige anderer Länder, dass Kranke dort rauskommen können, dass es auch nicht passiert, dass es Übergriffe in der Westbank gibt. Setzen wir uns dafür ein, dass alles getan wird, dass die Geisen freigelassen werden. Und natürlich haben wir auch eine klare Perspektive. Denn ein dauerhafter Frieden, der wird nur möglich sein, wenn Israel und ein palästinensischer Staat friedlich nebeneinander existieren können. Die Zwei-Staaten-Lösung ist etwas, was wir immer vertreten haben. Und auch jetzt und in dieser Situation, weil es um eine Perspektive geht. Aber da ist klar, eine Organisation wie Hamas, die wir zu Recht als terroristisch in Deutschland eingestuft haben, deren Ziel die Ermordung von Juden ist, die Vertreibung der israelischen Bürgerinnen und Bürger aus dem Gebiet, in dem sie heute leben, eine solche Organisation ist nicht die Grundlage für ein Zwei-Staaten-Modell. Das ist eine Terrororganisation und sie muss bekämpft werden. Das ist eine Terrororganisation und sie muss bekämpft werden.